Nananana Ich hab mir einfach Gänsehaut, Digga, ich bin nervous Ich muss pinkeln Ich bin kurz relevant, ich bin early bass Oh was? Ich auch I auch Ist er nicht zu mir geflogen? Oh, Lilj750 Alhamdülillah, den push ich Vor mir. Ruhig, ruhig, ruhig Digga, das ist ein StreamSnapper Ah, ich hab ihn. Was ist ein Dogshit-Spieler, Digga? Der hat einfach deinen Skin gehabt, komm, Digga. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ey, das war ein Streapsnapper, beide hatten VSK im Namen, ne? Perfekt. Ey, hier kommt noch einer aus den Storm. What? Digga, er ist, er ist ein Bot. Perfekt. Oh, mein Loader, das ist so Poggem, ne? Holy Shit. Oh, ich muss jetzt in die Zone. Oh, der Gegner ist hinter mir. Ich glaube, ich lasse ihn nämlich reinlaufen, Digga. Ja, ich bin so gut, Mann. Ich bin so clever Livestream. Holy shit. Oh, fuck. Ah, hier sieht es halt eigentlich echt nicht so gut aus, Digga. Ein Mini. Ach, Mann. Ich bin einfach dead, glaube ich. Oh, Late Game wird so ekelhaft, sage ich. Ich bin 26. gerade. Ich bin 2. Abdacement. Ah, ich bin dead. Ja, das war's. Top 25. Fuck. Ich habe sieben Punkte. Bro, du kannst mit diesem Input delay null hitten mit der Piste aus der Digga. Ich glaube, man muss echt einfach nur early rotieren, Mann. Ich muss mir das jetzt gleich angewinnen. Geil, Jungs, ich habe einfach das loadout, ne? Also, ich habe wirklich genau das loadout, was man braucht. Ich habe es nicht mehr, 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 was man braucht. Let's go! Nice Jungs, win. Echt? Ja man. Wie viele Points? 21. Oh mein Gott. 21, okay. Ich hab 1. Du hast dann! Ja. Du scheiß mein Sohn! 3 passweise. Ich halte ein SMG Digga. Let's go man! Holy Shit! So wichtig Digga. Gut, dass er die SMG nicht rausgeholt hat. Ich glaub ich wär sonst tot gewesen. Da ist noch ein Gegner. Let's go man. Was ein Vollidiot Digga. Kannst du so dumm sein. Let's go! Let's fucking go! Wir haben erst eine Stunde rum ne? Und ich sweat schon um mein Leben. Muss ich auf ein bisschen RNG hoffen. Ja, perfekt. Wenn der Sniper und der Pump kannst du nicht viel anfangen. Perfekt. Boah, das war so wichtig, dass ich grad den Kill geholt hab ne? Einfach nur ne Sniper und ne Pump Digga und ich snipe ihn einfach man. Let's go! Fuck man, let's go man. Einfach W-Kin it in man. Let's go. Einfach besser. Digga, top, 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 top. Top 15 ist mir egal, Digga. Also, top 15 ist mir das einzige Wichtige. Nein! Nein! Digga, ich schieß mich einfach runter. Top 15 gestorben, Digga. Oh, Digga, ich hatte keine Mets. Dann hab ich plötzlich Mets. Ich geh auf High Ground. Ich hab High Ground. Und einer schieß mich einfach runter. Ich bin tot. Ja, Digga, am besten halbe Lobby hier. Moin. Wo ist der Typ, Digga? Bubble Pump auf Ehre. Oh, ich muss auf den rauf. Ja, unlucky, man. Kann ich nix machen, da ist schon... Fuck. Ich hab noch fünf Games, man. Ich brauch ne Pump. Never gonna give you up. We're gonna let you down. Ja, da ist einfach ein Gegner bei mir. What the fuck. Jungs, soll ich den pushen, Digga? Ja, safe. Fuck, ich kann mich grad noch nicht myrten, Digga. Shit, kann ich ganz, ganz ruhig sein? La, la, la. Don't. Test, test, aber hörst du mich? Weih, ich mit mich, Digga. Ihr Hunde. Let's fucking go. Andere hatte die Spaß. Perfekt. Storm Search, oder? Am besten hat man in dem PS4 Cup Storm Search. Du H... Der triple dingt mich einfach, ich bin tot. Das Ding ist, ich glaub, ich spiel einfach ein bisschen aggressiver. Und wenn ich die überlebe, dann spiel ich sie halt aus. Wisst du, wie ich mein? Was? Ich hab ja nicht immer mitbekommen, dass er ein Gegner war. Er hat auch Fische, der Typ. Oh, Lamy. Ach, Digga. Doppel Bandage Bazooka, Digga. Wer hat euch denn verarscht? Doppelte Bandage Bazooka. Come on. Ach, Digga. Nee, Mann, ich hab echt keinen Bock mehr auf diesen Cup, Digga. Ich schwör's euch, Digga. Alles so mädt, Digga. Nee, Mann. Digga. Nice. Let's go. Oh, guckt euch mal an, wo die Zone ist. What the fuck? Ja, der wird die ganze Zeit jetzt einfach warten, ne, glaub ich. Die Mets liegen halt unten. Oh, ich will ihn fighten. Ich muss ihn fighten, Leute. Okay. Woah, let's go, Mann. Digga, ich schieß nur mit Rocket Launcher, der Hund, Digga. Einfach der Beste, Mann. Einfach der Allerbeste, Digga. Muss einfach sich eingestehen. Ach, Digga, du Huch. Guckt es euch einfach an, Digga, wo er chillt. Guckt euch an, wo die Zone ist, Mann. Digga, die Zone ist einfach tausenden Milliarden Meter entfernt, Digga. Okay, Livestream. Also, Kamu und ich sind auf jeden Fall schon mal fein raus. Wir müssen niemanden bezahlen. Aber jetzt kommt es nur noch drauf an, wer die dickere Kohle holt von uns beiden. Auf Oldschool-Basis, Digga. Wer holt mehr Kohle von uns beiden? Wait, what? Einfach eine Rakete aufgekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt alles hier replacen soll, Livestream. Digga, was hat der denn für ein Tower gebaut? What the fuck? Ich hoffe einfach nur, dass ich Zone bekomme. Wenn ich Zone bekomme, Digga, dann Top 25 eigentlich drin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den. Nein! Schnell raus. Oh mein Gott, was? Digga, ich will da drauf landen. Come on, Bro. Digga, als ob genau das dann runtergelockertet wurde. Es ist so unlucky. Es ist auch noch Metall, Bro. Das wäre halt der Win gewesen. Das wäre halt safe, der Win. GG, trotzdem du hast gewonnen, ne? Was, Digga? Der Content-Creator gewinnt. Digga, der Content-Creator gewinnt einfach. Weißt du, wie ich meine? So oft ganz easy. Ich bin auch ein Content-Creator, Digga. What? Nur weil du viele Zuschauer hast. Was? Hey. TGs, Bro, Digga. Holy Shit. Aber was für einen Kampf wir uns beide schon wieder geben, ne? Erstmal ich bin vorne, dann du so. Ich bin wieder vorne. Ich komme fünf Runden einfach. Kein einzigen Punkt, Digga. Ja, Digga. Du hattest 46 und ich hatte 30 oder so. Digga. Und dann habe ich richtig Pop-Off gemacht. Und dann, ja. GG, Digga. Hast du nochmal eingeholt? Kuckuckuckuck. Ja, Mann, stimmt. Leader-Bot gleich anschauen. Ey, bitte lassen wir in die Runde kommen, Digga. Fünf. Ah, komm. Scheiße. Ne. Und okay. Also ich gehe, glaube ich, so auf die Top 300 gleich zu. Also ich bin so Top 230 gerade. Stimmt, so Top 300 gleich.